Fakio Goethe 2 Caroline Herford, Fakio Goethe 2 aus wegen Flugangst Ist das der Grund? Als verpeilte Referenderin Lisi Schnabelstedt eroberte Caroline Herford, 33, in Fakio Goethe die Herzen der Zuschauer. Doch obwohl sie im ersten Teil der Schulkomödie die weibliche Hauptrolle übernahm, spielte sie in der Fortsetzung nur noch einen kleinen Part. Bis heute fragen sich die Fans des Kultfilms, warum die Mädchen, Mädchendarstellerin nicht mit ihrer Chaos-Klasse auf Klassenfahrt gehen konnte. Musste etwa wegen ihrer Flugangst zu Hause bleiben? Seit Jahren bekommt die Schauspielerin beim Betreten eines Flugzeugs ein flaues Gefühl im Magen. Lange Reisen mit einem Flieger versucht sie stets zu vermeiden. Wie Caroline gegenüber Promiflas erklärte, sei ihre Flugangst nicht der Grund dafür gewesen, dass Lisi Schnabelstedt nicht mit Seeki Müller, Ellison Barreig, 35, und Co. nach Thailand geflogen ist. Für ein ganz besonderes Ereignis hat die Berlinerin ihre Angst dieses Jahr allerdings überwunden. Weil ihr Regie-Debüt SMS für dich beim Stony Brooks Festival in New York einen Preis bekommen sollte, wagte sie sich nach neun Jahren flugfreier Zeit wieder in eine Maschine, das hat mir im wahrsten Sinne des Wortes Flügel verliehen. Auch andere Promis wie Wopi Goldberg, 62, Jan Leck, 33, und Sarah Engels, 25, haben tierische Angst vorm Fliegen. Besonders schlimm soll es bei Matthias Schweighöfer, 36, sein. Er ist natürlich zum Beispiel zum Dreh von Frienship geflogen, aber das nur mit Tabletten, die einen ausknocken und es hat trotzdem nicht gewirkt und er saß dann irgendwie auf Tabletten im Flugzeug und konnte nicht schlafen, erinnerte sich der Firmenpartner des Schlussmacher-Stars Danmark. What we do here is go back.